Das Wichtigste zuerst. Auf Miamis Ocean Drive ereignet es sich heute etwas, das manche als Erregung öffentlichen Ärgernisses bezeichnen würden. Bist du bereit? Du machst Witze, was. Die Frage, die nun je beschäftigt ist, wer steckt hinter The Mob? Du tanzt? Die Sache ist ganz einfach. Ich hab'n Drink in der Hand, du tanzt um mich rum und lässt mich gut aus. Was machst du morgen Abend? Wolltest du nie Teil von was sein? Was Besonderem? Durch The Mob bekommen wir Aufmerksamkeit. Als ob wir sagen, seht her, hier sind wir. Ich bin dabei. Sie ist Lee Tentera. Sie ist als deine Chance. Erneut faszinierte die mysteriöse Gruppe Fans und Kritiker. Ich will nicht, dass du mit solchen Typen rumhängst. Ich wünschte, ich könnte einfach die Regeln brechen. Dann brich die Regeln. Die wollen noch mehr sehen. Es wird Zeit, dass wir es ihnen zeigen. Wir können echt was verändern. Wollt ihr das, dass wir es ihrhangt haben? Undtiin eine Chance. Missestlig. Dann팅. Untertitelung des ZDF, 2020